In der Auftragsbearbeitung werden Kundenanfragen, Bestellungen und Anforderungen von unseren Mitarbeitern entgegengenommen und entsprechend weitergegeben. Während der Auftragsklärung wird die Umsetzung der kundenspezifischen Anforderungen an die Gussteile mit den jeweiligen Verantwortlichen festgelegt. Daraus entstehen Arbeitspakete, die in Form von Arbeitskarten an die jeweiligen Teilbereiche weitergegeben werden. Ziel ist eine möglichst exakte Planung der Termine und Gießtechnologie, die durch Erfahrung und Know-how der jeweiligen Fachleute erreicht und zusätzlich durch die Simulation der Fertigungsprozesse unterstützt wird.